Oh mein Gott, oh mein Gott Guck die, die, die Ash, das ist sehr machbar Die kommt immer mit runter hier Ja, ich bin noch schon unterwegs, aber die Ash, die, die hampelt da rum, aber macht nichts Ich hab glaub ich, die hab grad versucht, irgendwie im Jungle was zu erreichen Was mach ich denn hier? Warum kaufe ich mir die Schuhe? Weil die falsche Schule gekauft hat, glaube ich Warum auch die hier? Ja, jetzt darf ich natürlich erstmal wieder fieden, ne, also essen Hm, ich bin grad gestorben Also fast War ja Master Yi und Jinx nicht Ash Ja, Master Yi und Ash Du bist wirklich Supporter Ja, so ist der einzigste Killzert Ich geh mal kurz auf deine Lane und, äh, geh du mal wieder auf die mit Ich geh mal kurz auf deine Lane und fress was Oh, oh, die mit Huwen, die mit Ja, was soll ich denn machen? Ich muss mich erstmal aufladen, die mit Leben Ich muss es fressen, ich muss es fressen Ich krieg doch nicht, wenn ich hier mit halbem Leben dahin renne, oder? Mit, 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 fress, 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 fress Ja, nicht blind, mein Kind Ein Verbündeter wurde getretet Vorsicht, trennt er nicht zu stark rein Ein Gegner wurde getretet Oh, na ja, so, warte rein Warte rein, warte rein, warte rein Warte, 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 warte Warte, 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 warte Oh fack, ne ich hab's vergessen Ich kann nichts mehr machen, hier hat sowas gefeatet, einfach nur. Oh, er hat seinen ersten Killer erreicht und ist dadurch gestorben und hat den Leuten einen Ast gegeben. Yeah, das war wirklich sehr endig. Ja, und beide sind alle tot, außer Ash. Und Ash wird wahrscheinlich nicht Chima. Aber die könnte ihre Ulti jetzt, obwohl die Speer drauf haben. Macht's auch, macht's auch. Oh, wow. Sie hat mal was, einigermaßen Intelligentes gemacht. Wie stoppt sie? Boah, er hat ihn sogar noch gekillt. Das ist geil. Warum rennt sie denn in den Jungle rein, ist die Blöde? Das macht sie die ganze Zeit. Achso, die holt sich fürs Leben, aber okay. Ich finde das auch in Minions. Ihr Lebensraub ist noch nicht so gut, dass er das sich leisten kann. Ich geh mal kurz was fressen im Jungle. Ich hab auch noch nicht gefressen lassen. So. Guck mal bitte meinen Farm an und guck mal den Farm vom Team an. Ich bin einfach... Na ja, guck. Ich hab grad noch 69 Farm. So. Der Jackson geht jetzt drauf. Wie Herr Sugar, die durch den Wald rennt, ist die Erde. Okay, aber nicht schlecht. So. Komm mit. Jetzt hier den Power. Oh. 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 Nein. Frank, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Den hier helfe ich nicht. Kannst du vergessen. Du hast mir zu. Die Stimmen sind die Geister der Welt. Ach. Ich muss was fressen. Ich muss was fressen. Ich mach dir die Ash da hinten schon wieder. Oh. Kann das sein. Die Ash versucht zu fahren. Die macht das schon nicht dumm. Aber... Ich lass sie auch. Ja, ich lass sie auch. Die macht es in unfassenden Momenten eigentlich meistens. Ja, das Problem ist, sie ist halt wirklich... Sie sieht schon ein, dass sie momentan echt schlecht gefeadet ist. Und versucht es wegen zu fahren. Das ist schon an sich ganz richtig. Hier bleibt uns momentan nichts anderes übrig. Das heißt, wir müssen an den Team-Pack setzen, das erwarten, dass sie nach hinten gehen. Denn wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass der ADC noch ein bisschen Farm bekommt. Ja, dann sollte sie doch zum Beispiel hier auf die Bot Lane gehen, wo grad ein Pro Minions rumstehen. Nee, das ist zu weit draußen. Das macht schon ganz richtig. Das ist schon okay. Ich muss nämlich auch gerade fahren, deswegen bringt das nichts. Oh, 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 oh. Power, power, power. Nein, das war jetzt dumm. Ich kann mal so viel versuchen. So, ich hab gleich meinen... So, Vorsicht, nicht da rein rennen einfach so. Okay, los, komm, jetzt halt. Ich fress ihn. Oh mein Gott. Die kriegt die, oder? Ja, ja, ja. Da kriegst du. Da kriegst du. Da kriegst du noch auf. Ich hab jetzt überhaupt keinen Kill bekommen. Ich hab jetzt überhaupt keinen Kill bekommen. Ich würde es vielleicht weiter mit angreifen, sonst stoppt der. Ja, so. Okay. Die. Höllen-Septor. Ich hab jetzt so drei, drei Es ist bekommen, ey. Was ist das? Was ist das? Ein Gegner raus. Das magst du mal erleben. Oh, ich hab einen extrem haupten Aktiv-Effekt sehe ich gerade. Soll ich mir vielleicht mal auf die drei legen. So, ich werde mir jetzt doch mal... Ähm... Moment, wo war ich? Hier. Ich werde mir jetzt doch mal die Dings holen für die Abklingzeit. Das ist, glaub ich, besser. Ich hab auch eh schon 400 AP. So. Ja, Mana und Rüstung habe ich jetzt ein bisschen was bekommen. Ist auch geil, dass ich das höchste Level mit dem Team habe. Also, ich gehöre schon in den Jungle. Ist schon richtig so. Jetzt versucht sich die Elf wieder, äh... Mein Red Lattestroyd. Wo will der Lien auch noch haben? Guck, komm, wenn zwei sich streiten, dann frisst der dritte. Hahaha, das ist geil. Zwei streiten sich drum und dann fress ich's einfach. Vorsicht, in der Mitte, in der Mitte. Nice. Oh, ne. Ähm. Hallo. Ja, ich war gerade im Kampf. Ich war auch gerade im Kampf. Oh, ne. Äsch, renn. Äsch, renn. Ja, das war mal übelst geiler Trick. Nicht schlecht. Das hat mir gefallen jetzt. Ich hab nur noch ein Feetgear. Ich hab... Erreich nichts mehr jetzt. Wenn sie jetzt die Ulti gehabt hätte, ey. Nett. Oh, ne. Ich weiß gar nicht, ich hätte sie auch mal zu fahren. Uuuu. Weil, was rennt die denn zu... Äh, sie hat ein Kill gemacht, aber sie hat mich damit gerechnet, obwohl ich bei sie zurückkommen kann. Naja, das ist doch klar. Okay, den Turm am Morgen. So, das ist unser Tower. Der Gegner hat einen Turm zerstüllt. Oh, oh. Der Topfauer. Ich dachte... Ich dachte jetzt schon, der Jiren... Und ganz raus. Der Gegner hat einen Turm zerstüllt. Jetzt hört sich wieder. Ist auch mal ein... Ich brauch viel, aber volle Keiner nicht. Stop Teamfight. I go eat. Hä, warum hab ich denn jetzt nur noch 184 Angriff? Ich hab gerade auch noch 190. Das stinkte ist, als wenn er nicht essen würde. Also, als er nicht offline geben würde. So. Oh. Gib mal Nidalee. Nice. 4,5,16. Da soll er genau sagen, ich bin kein Supporter. Meine 7-3-Score ist weg. Ihre Stimmen sind die Geißel der Welt. Hallo Timo. Out of my farm. Ich werde ihn in Stratten bringen. So. Ich brauche das jetzt hier wieder mal zu mit Pilzen. Angst vor der Dunkelheit. Sehr klug. Das sind aber auch Idioten gehen. Die behindern mich auch übelst. Ich kann nichts fressen, weil die mir die ganze Zeit in den Form wegstehen. Ich werde ihn in Stratten bringen. Ich werde ihn in Stratten bringen. 30 Sekunden noch, dann habe ich das vorhin. Ich kann ja echt im Team-Bett nicht mitmachen. Das bringt nichts, wenn ich jetzt wieder sterbe und dann wieder meinen ganzen Team verlieren. Oh Gott, das gibt's halt gar nicht. Was mache die denn wo? Das fand ich jetzt auch ein bisschen dumm vom Yasuda alleine hinzuwenden, aber gut. Der hat sich ja gerade noch sowas auf der Ferne retten können. Und gute Nacht. Dankeschön. So, jetzt gehe ich mal weg. Wollen wir mal schauen, was ich mir jetzt leisten kann. Ah, ich bin zu früh weggegangen, schade. Ich brauche noch 100. Lassst du's? Ich würde ja... Das sind mir zu viele. Deine Pils ist übelst cool, die solltest du vielleicht vor dem Power wieder stellen. Neu, die Humor und Warte, komm mit. In den Sugar drin ich jetzt, äh... Los, lockst du an. Oh. Brauchen wir so viele. Komm hier lang, geh lang, geh lang, geh lang, geh lang. Der hier ist echt die... Yo, 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 yo. Fress mich, nein! Ich wollte's fressen. Ich wollte mich fressen. Auch noch was zu fressen. Oh mein Gott. Ich wollte... Ich wollte aufpassen. Ja, ich würde jetzt erstmal zurückgehen. Wo ist ein Yasuo eigentlich? Tod, gern. Was? Ja, das... Es sind drei. Hm, das sind drei Tanks, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf da rein zu ran. Ich gucke jetzt erstmal was zu essen wieder. Die haben das gar nicht mal so dumm gemacht eigentlich mit den drei Tanks. Ja, das sind... Ja, das sind... Ja, gut, drei Tanks und sich. Es ist... Einer der Tank ist und zwei die Tanki gehen. Ja, das ist... Boah, da nimmt mir eigentlich alles weg! Er ist gut. Naja... Ja... So, ich habe jetzt 5 Feeds, habe aber jetzt meinen Beißen, aber ich glaube, das ist jetzt... Was macht denn die Ashe jetzt? Statt, dass sie hier die ganzen Minions killt. Dann hole ich für die E-Wende. LOL Ja, ich will das nicht. Die Ashe ist echt bisschen gritty. Oh nein, 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 nein. Oh, das kann nicht sein, ey. Da habe ich so schön jetzt gekillt noch, bevor ich sterbe. Ist echt manchmal zum... Mäuse melken. Zum Beispiel. So, was habe ich nicht? Ich habe Ramadons, ich habe das Höllenzepter, ich habe... ...den Stab, ich habe... Ach, siehst du, ich habe so oder so einen Stab zu wenig. Das heißt, ich könnte mit dem von anderen anwenden lassen. Du kannst auch... Ne, ich finde ganz von Fluchtes Licht. Ich glaube, Höllenzepter oder so, da haben die Gegner in deiner Nähe nämlich... Ach, das hätte ich jetzt anwenden können, hätte ich die Jinx gekillt noch. Kann nicht sein. Ah, nicht Quatsch. Ne, ich hätte den Griff des Todesvorauss anwenden können, da hätte ich die Jinx gekillt. Ja. Oh Mann. Ich vergesse das ständig. So, wir bekommen hier jetzt gerade ein Problem, weil... Ein Verbündeter wurde getötet. Ach. Probleme sind dazu da, um sie zu lösen. Oh, ja, da muss ich die Jax gekonnt. Oh, dazu noch nicht. Nein, du gestopzt. Pecorras schbiegen. Oh... Oh, auf die Jax-Jax-Decla. 4,8, 18. Warte noch mal. aber noch einer der der hier das ist der ordner 3 16 13 8 ich habe gar nicht richtig zugewinst stehen der hier hat 3 16 es hat 7 13 so sich hierbei vier fahren wo ich jeden fall wieder hochheizen so schlimm wenn du ganz stirbst jetzt sind gerade drei von feinen tod das heißt wir haben auf jeden fall den tower hier sicher wird die es die es anstatt dass sie sich hier die ganzen bin jetzt holt ich verstehe es nicht sollte sich lieber hier den juhu wir sind wieder gestorben ihr solltet aber jetzt echt langsam mitmachen gesagt ja wenn wir da sind so viele gegner tut das schaffen wir jetzt naja ich dachte jetzt die zeitlaufen ich dachte ihr macht ihr mit tor jetzt hätten wir nämlich sogar beide bekommen der gegner tut es immer pushen